Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge 4 Night Daily Shop News vom 14.09.2019 Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir... Der Bendeleier hat gewonnen. Ja, sonst ist nix Neues da. Wir fangen einfach mal an auf der linken Seite mit dem Sumpfmann, den haben wir ja gestern bereits drin gehabt. Herr Sofort, was geben Sie denn da für eine Note? Eigentlich bin ich auch dabei, aber er gilt. Ich gebe dir 5 von 10. 5 von 10. So, die Benotung haben wir gestern schon gehabt, können wir einfach nur überspringen. Nicht auf Volle? Na, brauchen wir nicht wirklich, haben wir gestern schon gehabt. So, dann Spähranger, für 800 V-Bucks das Teil, ja, zoomen mal bitte an den Rand, kriegt von mir 5 von 10. 6 von 10. So, da haben wir ein Voting von 4,06 von 5 bei, 17 Votes, am 17. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Zweimal seit dem 19 Reminders. So, geht's weiter, dann haben wir hier den Urstachel, oder ja, fangen wir an mit dem Facet, wenn der mal irgendwann kommt, und dann sind wir da, okay, also jetzt hier, Chaos. Facet für 1200 V-Bucks, kriegt von mir 6 von 10. 7. So, da haben wir ein Voting von 3,455 bei 22 Votes, am 9. August 2019 ist das erstmal drin gewesen, dreimal seitdem 30 Reminders. Weiter geht's mit der Knochenwespe, da haben wir auch ein Gameplay, jetzt rechts oben in der Ecke, verlinkt für 1500 V-Bucks das Teil. Der Knochenstich kriegt von mir, zeig mal bitte ganz kurz das Backpack dahinten. Das ist das Knochenstich setz. Ja, ja, zeig mal ganz kurz, das sieht nämlich ganz cool aus. Auch die Wespe, wenn man das ganz kurz mal weg macht da, die Wespe hinten sieht eigentlich genau, das sieht eigentlich ganz cool aus. Was hast du diese Viecher? So, kriegt von mir 6 von 10. 5 von 10. So, da haben wir ein Voting von 2,32 von 5 bei 22 Votes, am 9. August 2019 ist das erstmal drin gewesen, dreimal seitdem, 6 Reminders. Jo, da haben wir den Urstachel, das ist ja Primals Ding für 500 V-Bucks, das Teil kann ich, da kann ich jetzt nicht so wirklich spielen mit Anfang, kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10. Da haben wir ein Voting von 2,25 von 5 bei 8 Votes, am 9. August 2019 ist das erstmal drin gewesen, dreimal, keine Ahnung wie viele Reminders. Also, dann haben wir den gehörten Jäger, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, so eine Mischung aus Zukunft und keine Ahnung, Primals. Ja, aber wenn du guckst, da vorne sind so Hörner, das sieht ein bisschen, was, du bist da, aber es gibt sowas auch mit Hörner? Ja, das sind nicht Hörner, weil da vorne ist ein Teil, ja. So, aber es ist so ein bisschen aus Ur, Zeit, Viech und Maschine. So, für 800 V-Bucks, das Teil kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. Da haben wir ein Voting von 3 von 5 bei 5 Votes, am 9. August 2019 ist das erstmal drin gewesen, dreimal ein Reminder. Dann sind wir bei der Schattenagentin Shadow Ops, die hat ja jetzt zwei Styles, wobei ich sagen muss, dass ich den alten schwarzen Style deutlich besser finde. Und das gehört einfach dazu, zu der Schattenagentin, nicht das Helle da. Kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. Hat hier ein Voting von 4,28 von 5 bei 95 Votes, am 15. Dezember 2017 ist das erstmal drin gewesen, damit ein uralter Skin. 34 mal im Shop 99 Votes, so dann sind wir bei Let It Rain, kann ich nie so wirklich viel mit anfangen, für 500 V-Bucks. Wobei ist eigentlich ganz cool, doch, ist eigentlich ganz gut, ich kriege von mir 8 von 10. 8 von 10. So, 4,28 von 5 bei 32 Votes, am 6. März 2018 ist das erstmal drin gewesen, 21 mal 32 Votes. Reminders. Jo, dann haben wir die Icicle. Die Icicle, die finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, wobei, wenn man da draufklickt, ne, mal den Werkzeugeffekt, wenn da die höchsten Einstellungen sind, jetzt sind sie nicht da, dann fallen nämlich solche Partikel darunter und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Für 500 V-Bucks kriegt die von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 54 Votes, am 14. Dezember 2018 ist das erstmal drin gewesen, 13 mal seit dem einen Votes. 40 V-Bucks, wie meinen das. Dann sind wir bei Capoeira. Capoeira ist mega geil, eh, wie, Capoeira, habe ich früher auch mal gemacht. Für 500 V-Bucks kriegt der Teil von mir 8 von 10. 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,26 von 5 bei 19 Votes, am 25. August 2018 ist das erstmal drin gewesen, 6 mal seit dem 18 Reminders. Dann sind wir bei der Sumpfjägerin und die hatten wir ja gestern auch schon drin. Was gibst du da für Noten? Noten? 6. 6 von 10 können wir weiter. Aber wir können gucken, wie es sich entwickelt hat. Genau. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt hat. 3,6 von 5 bei 5 Votes jetzt. Okay, war ja gestern drin. 2,3. Und dann haben wir noch los, 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 los. Das mache ich meistens so aus dem Hintergrund, wenn der Herr sofort vorne sich beddelt. Für 200 V-Bucks das Teil kriegt von mir 7 von 10. 6 von 10. 2,2 von 5 bei 5 Votes, am 11. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 3 mal 9 Reminders. Es gibt nicht so viele Leute, die die anderen anfeuern scheinbar. Und dann haben wir den Bendo Leier, den Patronengurt, der ja jetzt euer Voting gewonnen hat. Für 1,500 V-Bucks das Teil. Ja, ich persönlich finde den Bendo Leier cool. Kriegt von mir 7 von 10. Auch. Und da haben wir ein Voting von 3,72 von 5 bei 36 Votes, am 27. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Oh, das ist der Mai. 27. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Achtmal seit dem 41. Mai ist. So, was für eine Note würdest du denn, oder wie würdest du den Shop denn jetzt noten? Ich bin da voll und ganz auf, ja, also bin ich voll und ganz bei dir. 2, äh, 780 Lovitz, 1.047, it's fair, und 3.000 Hades. Also ganz, ganz mega schlecht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es 6 mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort und mit mir, dem Herrn Gleichschaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. conhecer.